Hey, was kann ich für dich tun? Mit mir reden, wa? Ada? Du hast es geschafft. Du hast den Mechanist aufgehalten. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Ähm, es ist vorbei. Es ist vorbei. Der Mechanist ist tot. Der gerechte Preis für all den Schmerz und das Leid. Das bringt zwar meine Freunde nicht zurück, aber ohne ihren Tod würde der Mechanist noch leben und das Commonwealth bedrohen. Hätten wir diese Roboter nicht aufgehalten, wäre der Schaden sicher enorm gewesen. Ich hätte jeden Fortschritt hier aufgehalten, dank dieses Wissens. Daher habe ich mich entschieden. Es gibt noch eines, was wir bedenken müssen. Der Mechanist ist besiegt, aber mein Radarpeilsender empfängt noch immer mehrere Signale. Ich fürchte, diese Roboter treiben sich noch immer im Commonwealth herum. Also, wenn wir sie eliminieren, bringen wir die Dinge in trockene Tür. Gut. Klar. Sicher. Einen Augenblick. Gut. Leute, wir können ja mal gucken, wa? Wo ist... Ah, hier geht es auch noch irgendwo lang, habe ich gerade gesehen. Lass uns dann mal hier lang gehen, wa? Da ist auch noch etwas. Dürfen wir ja nicht verpassen. Ich schaue nebenbei hier noch ein bisschen Star Trek, ähm... Ähm, The Next Generation. Ja. Ich wusste doch, dass da war das. Meine Güte, ich habe gerade ein bisschen Budding gegessen. Da war wohl zu viel Kohlens da drin. Ja. Ja. Geschafft! So. Ja. Mann, ich bin hier raus. Ähm, so einen ähnlichen Werkzeug, äh, Koffer hatte ich mal. Ist das eine Nähmaschine? Nähmaschine? Ähm, naja, hier kommen wir erstmal nicht. Hier ist erstmal nur Schmerz. So. Ja, und jetzt bin ich wahrscheinlich nach oben. Hm. Schau auf und zu rüber, wenn das Star Trek wieder läuft, mache ich auch Pause, schau das Star Trek noch weiter. Ähm, das ist gerade die wunderbare Werbung. Sicherheitsüberprüfungsnorm, drei. So. Ähm. Sicherheitsprotokolle? Nö. Will ich jetzt nicht wissen. Das Ding kann ich nicht hacken. Gut. Die bekomme ich so nicht auf. Das sollte jetzt aber nicht sein Problem sein. Das heißt, wir müssen wieder, äh, ja anders wie hier raus. Ähm. Das heißt, ich gehe jetzt hier oben da raus. Ähm, durch diese Eidentüren. Ja. Mach Platz. Gut. Müllwappert, dann haben wir hier noch einen. Habe ich jetzt hier alle aufgenommen. Gut, von da kam ich. Na, Hauptsache raus, um ehrlich zu sein. Hauptsache raus. Na, Hauptsache raus. Ich bin hier total verwinkelt. Ich bin hier total verwinkelt. Da. Ne. Hat irgendwo eine Tür. Da. Genau. Das kann mir doch total bekannt vor. Drücken. Hier ist nach oben. Äh, ja, so sieht's aus. Das war's. So. Das war's. Das war's. Geht weiter. So. Es war ein langer Weg nach Hause. Und jetzt habe ich's endlich raus geschafft. Hat eine ganze Weile gebraucht, bis ich hier raus gerannt bin. Ich bin gerannt und das hat mir weiter gedauert. Gut. Dann werde ich jetzt mal noch ein bisschen zocken. Das werde ich dann schneiden. Dann werde ich noch so ein BioNalo die Sims Folgen auf dem Laptop heute packen, damit ich heute anfangen kann, die hochzuladen. Dann wird's schon eine kleine Aufgabe werden. Gut. Wir sollen jetzt, diese Kampfen muss ich die ganze Zeit, wir sollen jetzt die, wahrscheinlich diese, was sollt diese, äh, komischen Roboter, ja, um die Ecke bringen. Oh. Hopp. Gut. Ja. Was soll ich denn sagen? Ich glaube, ich krieg noch Video von Radar, oder? Oh, hier sind wir zum Möhrroboter. Die sind auf jeden Fall keine von der Krieg, also ich würde die abgeschaltet sein. Oh, noch zu einer. So, lass mich mal kurz mitnehmen, ihr könnt euch ja da vergnügen, da. Was ist denn? Ähm, Tab. Meine Güte, da war mir doch was. Was haben wir denn hier, Eisenfaust? Ähm... Wir sollten das auf jeden Fall mit den Hacken. Gut, ähm... Intelligenz. Ausdauerwahrnehmung. Fähigkeiten, wir haben bestimmt Erfahrenspunkte. Schnurrer. Blutiger Tod. Schleichen. Dann haben wir hier Waffendings. Lebensspender. Aufmerksamkeit. Rüstmeister. Erste. Meisterhändler. Härte? Nein. Langfinger. Wahrscheinlich ist das die Intelligenz. Annehmen. Hm. Gut. Noch mehr. Art brauche ich nicht, Kommando. Ah, es geht weiter. Hier. Hacker. Ähm, Anforderung nicht erfüllt. Schlossplacker. Okay. Was haben wir noch? Bieterverwerter braucht man nicht unbedingt. Ähm... Aufmerksamkeit. Ähm... Lebensspender. Wiss ich jetzt gar nicht. So. Ja. Ja. Ähm... Lass dich von Volt. Tag leiden. Der Weg zum nächsten Press hier. Wird im Rolls angezeigt. Ich bin dein Vater. Se Emirata. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ja. Du bist ja. Ich liebe dich.